auf euren befehl so alles klar heißt wir können die rambe wieder benutzen vor allem die haben glaube ich nicht nur an truppen rekrutiert sind einfach gespawnt seid auf der hut schon unterwegs wir schicken mal ganz kurz was zum testen voran ob die ob der katapult garantiert nicht existiert dieses leere katapult schicken wir vor einfach nur zum gucken existiert schon mal wirklich nicht so probieren wir das ganze gleich noch mal rahme zum stadttor so verstärkungen direkt beschaffen schwer kämpfe war eine schlechte idee wir brauchen viel mehr bogenschütze weil fernkampf ist schon die entscheidung ist in den kampf und die rekrutieren tatsächlich immer noch truppen kämpft weiter angriff es gibt kein zurück gut versuchen wir die mal nachziehen zu lassen schon unterwegs angriff wir müssen das gebäude zerstören munition haben wir genügend aber wir brauchen mit höchster dringlichkeit eine möglichkeit diese kasernen platz zu kriegen wie machen wir das am besten indem wir dieses stück mauer einreißen wenn wir uns immer durch den engpass hier durchdrängen müssen dann kriegen wir nur auf die fresse glaube ich zum angriff vorwärts kämpft weiter wir reißen einfach ein großes loch in die mauer rein und dann geht das schon verstanden nicht aufgeben nicht zu weit in die stadt rein nicht zu weit in die stadt rein das ist echt gefährlich und jetzt wird die leute hier schon alle krank machen die munition ist ausgegangen was für scheiß drauf wir machen folgendes wir bringen das katapult direkt nach da hin nicht zu weit in die stadt rein katapult aufbauen einreißen und dann schießen wir uns hier durch wo ist unsere verstärkung jetzt eigentlich ich meine die noch mehr verstärkungen wir brauchen verstanden da ist noch ein bogenschutz davon übrig von denen der crew das bedient das ist natürlich ein bisschen tragisch ok das ist zerstört das wird jetzt einfach verbrennen wie ihr wünscht sofort wir werden angegriffen schaltet das tor wir greifen direkt die burg an ja wir müssen eine lage sein darüber zu schießen nein nicht die munitionskammer ach auf die burg ok das geht alle katapulte rein da und ihr lasst die komische munitionskarren in ruhe wie ihr wünscht schnauzehändler wo ist unsere weitere munition ist schon weg beschützt dies auf die burg beschützt dies ziel so wie ihr wünscht schnauzehändler wo ist unsere munitionskarren ne geht nicht egal weiter java 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 Dann bleibt uns nur die Möglichkeit, einen Katapult nach dem anderen schießen zu lassen. Es sein wird zu... Es sein wird vernichten den Weber. Es gibt kein Zurück! Verstanden! Es gibt kein Zurück! Vorwärts! Vorwärts! Jawohl! Zum Angriff! Okay, der hier ist leer. Auf die Burg. Vorwärts! Unter Kontrolle bleiben. Ihr müsst bei den Katapulten bleiben, unter allen Umständen. Verstanden! So. Denn jetzt können wir mit zwei Katapulten schießen. Zum Angriff! Und wir haben noch einen zum Glück, ein weiteres da, das noch heute acht Schuss hat. Sofort! Beschützt dies! Ein! In den Kampf! So, das wird klappen. Die sich einfach vordrängeln. Leer. Und das ist auch leer. Gut, dass wir dieses Katapult noch haben. Und jetzt haben wir sie. Da kann es doch so viel regnen. Hier. Ah! Es ist Zeit, den Kerl auszupressen wie eine Zitrone. Bestimmt. Aber erst einmal setzen wir... Mitten in die Ruine erstmal so in unseren Außenposten rein. In einem Steinbex fehlt es an Stein. Einfach so mitten rein. Schon unterwegs. Boah, der war schon... Das war schon hartnäckig hier. Ähm. Alles klar. Die vorher abbauen sollen. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Das war eine hartnäckige Nummer hier. Quicksave. Ist jetzt ganz dringend notwendig, glaube ich. Ich weiß, dass ihr euch die Gier gepackt habt. Aber ich weiß nicht, wie ihr die Macht erhalten konntet, Krankheiten zu verbreiten. Es gibt so viele Sachen, die ihr Reiter der Apokalypse nicht versteht. Ich habe gesagt, darum wird der... Ich habe versagt, darum wird der Dämon ein anderes Opfer finden. Und mich wird man... Tot. Oh. Ups. Das habe ich jetzt, äh... Was zum Kuckuck? Ähm. Hat er Puff gemacht. Ich muss dem Tod davon berichten. Ja, das solltest du. Auch sollten wir ganz gut unsere Armee zurück in die Stadt schicken. Und uns das Eisen rausziehen. Dank. Wie ihr befehlt. Schon unterwegs. Okay, jetzt können wir ein bisschen beschleunigen. Und unsere Daten müssen auch nicht mehr so hart bezahlt werden. Schiff hat angelegt. Das ist ja sehr schön. Oh, Rohstoffe können wir kaufen, in der Theorie. Kommen wir uns über das ganze Eisen. Wir haben ein Territorium eingenommen. So, da führt jetzt nur eine einzige Straße durch die ganzen Ruinen durch. Oh. Toll. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Wo müssen, wo müssen, wo, da ist die Brücke. In diese Richtung. So. So. Was haben wir denn hier auf der Seite hier? Natürlich. Ja. Eines Steinmetz fehlt es an Stein. Und es gibt hier nix. Höchstens komme ich gleich in den Übergang zur nächsten Map. Wenn ich das so richtig vermute. Gehen wir mal den Tod petzen. Bevor wir das machen. Ich möchte unbedingt was tun. Ich möchte diese ganze... Diese ganze Anlage einer ehemaligen Stadt einmal kurz in eine Palisade hüllen. Ich weiß nicht, warum ich das möchte. Aber es ist mir gerade ein Bedürfnis. Moment mal. Das hier sieht hack aus. Das kann ich es nicht bieten lassen. Das ist zu eckig. Das ist besser. Der hat schon da vergessen, irgendein Stück Mauer zu setzen. Nicht wahr? Spiel. Da ist ein Stück Mauer und das gehört dahin. Und das wirst du setzen. Weil ich es gesagt habe... So muss das sein. Ah ja, die Kräuter. Schnauze tot. Und da hätte ich noch gerne in einem Brunnen stehen. Hier. Einfach so. Nö, nö, nö. Das ist schon gut so. Das ist schon gut so. Einmal kurz beschleunigen. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Hier hin. Ich will einfach nur sehen, wie es aussieht. Na, komm dieser mal an. So, haben wir unsere Quarantänezone hier. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Das gefällt mir. Jetzt können wir totberichten gehen. Das Lagerhaus ist voll. Ich tat was der Seite tot, doch zufriedenstellend ist das Resultat wirklich nicht. Was ist geschehen? Hat er nicht geredet? Hat er nicht Methoden, Informationen aus Feinden rauszubekommen? Bevor er zu viel verraten konnte, hat er es ihm von meinen Augen zerfetzt. Eine höhere Macht steckt hinter all dem, höher als wir es sind. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Das sind äußerst schlechte Nachrichten. Nach meiner Information bewachte die Festung des Sultans seinen einzigen sicheren Weg durch die Wüste. Es soll euer Auftrag werden, herauszufinden, wer unser Gegner ist. Okay, gut. Finden wir das raus? Eine Eisenmine wird bald erschöpft sein. Niu. 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 Das Lagerhaus ist voll. Niu. Niu. So. Die Brücke. Die Kamera kommt darauf irgendwie nicht klar. Und ich sah das Lamm. Das fünfte Siegel zeröffnete. Und bevor... Und hervortrat, was... Was zuvor... Das ich zuvor in meinem Leben noch nie gesehen hatte. Wer seid ihr? Schon bald werdet ihr keine Fragen mehr stellen können. Die Zeit des Leidens wird schon bald enden und die Reiter werden überflüssig. Doch noch hat die Stunde nicht geschlagen. Und dem Wesen war nichts gegeben und dennoch alles. Es war nicht und es war doch. Hätte es Hände gehabt, so würde es die Welt formen mit ihm nach seinem Willen. Das Schiff hat angelegt. Alles klar. Liebe Gemeinde. Mit diesem wunderbaren Bild, das das Schiff... Ähm... Angelegt hat. Ah, jetzt dürfen wir. Hatte automatisch, dass wir jetzt fortsetzen wollen, aber... Tja. Nun. Verlassen. Die unglaublich nicht sagenden Statistiken. Einen hatten besiegt, 1.273. Einen rekrutiert, 627. Gegen Ende hatten wir, glaube ich, noch 84 oder 86 übrig. Das heißt, wir haben nur ungefähre Vorschriften, davon wie viele Leute bei uns draufgegangen sind. Viele. Alles klar. So ungefähr 550. Liebe Gemeinde, das war der erste Teil dieser Kampagne. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder, wenn die nächste geht. Wir sehen, ja, wenn die nächste Mission gestartet wird. Ich gehe erstmal kurz mal den Regen von meinem Rücken abwischen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Bis denn, viel Spaß und... Cheerio.